Ihr habt schon lange nicht mehr von unserem Lädchen gehört. Wir machen wieder ein wenig Werbung. Immer noch Zelt, was hier gerade angeschlagen ist. Man kann so viel zahlen, wie es einem getücht und wie man will. Wer vielleicht auch schon unserem Lädchen war, sieht, dass noch viele Dinge nur hier waren, die auch schon waren. Aber wir haben ja immer wieder neues Zeug. Es lohnt sich also, wieder einmal zu schauen. Was die Teile vielleicht auch nicht wissen, man kann bei den Möbeln die Schubladen auftun. Und noch viel besser, man kann die Möbeln auch kaufen, die hier bei uns rumstehen. Hier sind unten immer noch unsere Kisten mit dem Pastelmaterial. Und dann rechts davon die afrikanische Ecke. Oben gibt es so kleine Kisten, Dekosteine, Wäsele, Bilderräume. Dann haben wir neue Parfüme und Seifele. Und dann unten haben wir jetzt neu wieder Gartensachen vorgenommen. Und dann haben wir ja vor langer Zeit noch ein Gewinnspiel gestartet, die jetzt eben noch niemand gelöst hat. Und darum noch niemand den Preis gewonnen hat. Wir zeigen darum als Tipp noch ein paar neue Bilder aus dem Raum. Sie geben Hinweise darauf, für was wir den Raum zukünftig werden brauchen. Also wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Viel Glück! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.